Hey Leute, was geht ab? Ich spiele heute Fortnite. Ich bin eben gerade gekehlt worden. Okay, mein Spiel hängt zwischendurch mal. Ja, super Qualität. Das tut mir leid, Leute. Ich gehe mal zurück zur Lobby. Bis gleich. So Leute, jetzt kann es weitergehen mit diesem zweiten Video. Leute, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gerade rede, aber egal. Auf jeden Fall, ich habe im letzten Video gezeigt, wo man halt abspringen kann am besten. Wo man gute Truhen finden kann. Die ist das Ananas. So, jetzt gehen wir mal zu ein paar Orten, die auch ziemlich gut sind. Weil ich habe nur zwei, halt zwei Stück habe ich nur angesagt. Und jetzt werde ich, halt ich habe nur zwei Plätze, wo das war. Jetzt werde ich noch einen Platz suchen. Naja, eigentlich nicht suchen, sondern ich weiß schon, wo einer ist. Aber, ja. Ich habe das doch gar nicht dahin gesetzt. Hä? Verstehe ich nicht, aber egal. Natürlich beim Busfahrer bedanken. Ich verstehe mir nicht, wo ich abspringen könnte, wo welche sind. Und, ja, auch im großen Gebäude, aber wir springen jetzt dieses Mal hier woanders halt hier hin. Da müssten auch gute Waffen sein. Ich weiß nicht genau, wir können mal gucken. Das, was eigentlich auch mal hier sind, so Gebiete, die man einnehmen kann. Wenn man da so lange einnimmt, da kann man dann auch schon ungefähr gute Sachen bekommen. Apropos bekommen, ihr könnt alles, was ihr jetzt benutzt, von Waffe her, alles gut an den weißen Sponen bekommen. Und, ja, da ist direkt ein Gegner. Da muss ich direkt ein Gegner. Äh, 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 äh. Okay. Okay. Cool. Okay. 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 Da sind gute Sachen, muss ich sagen. Das kann man sich einmal oder mehrere Mal gönnen. Oh, das war eine Waffe, okay, jetzt können wir das anbauen. Ja, keine Ahnung, wuhu, nice, er braucht nicht mehr, soll ich sagen. Ja, das ist genau das, was ich gerade im Video davor, das vorige Video gesagt habe. Okay, okay, ich sag nichts anderes anbauen. Okay, der war schon gut, muss ich sagen. Hat mich zwar kein einziges Mal getroffen, aber trotzdem. Ja, ist okay. Das tut mir auch für denjenigen leid. Hallo, bewegt dich. Hä, meiner hat sich nicht bewegt, Junge. Hä, Junge. Was, ey, ich bin so junger. Ich schlägt immer in diesem Moment. Wenn ich nicht will. Oh, Mann. Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Tut mir leid, falls es wackelt zwischendurch. Ich habe jetzt nichts wirklich gefunden, womit ich euch, naja, eigentlich mein Handy aufstellen kann. Aber, Leute, ich hoffe, ihr abonniert alle. Halt könnt ihr, wenn ihr wollt. Alright, wir ziehen mich nicht. Halt. Ich werde wahrscheinlich heute richtig viele. Naja, eigentlich. Im Video. Ich werde dieses Mal viele Videos machen und nächsten Tage hochladen. Das ist ja mein zweites Video. Aber beim ersten Video, da hatte ich schon dieses Video hochgeladen. Halt. Beim ersten Video habe ich dieses Video jetzt gemacht. Aber ich kann nicht printen. Toll. Auf jeden Fall, ja, das war eine schnelle Runde. Jetzt werde ich nochmal landen, wo wir davor, als ich zuletzt war. Vielleicht finden wir da was Besseres. Oder vielleicht werden wir da nicht direkt gekillt. Alter, was war das draußen? Ich werde das draußen jetzt kommen. Dann bin ich direkt. Dann bin ich. Dann bin ich direkt. Eigentlich kann ich besser. Äh, warum springe ich eigentlich immer? So, Leute, jetzt sucht... Hallo, ich will mich bewegen. Hallo, ach, endlich. Hier müsste ungefähr... Nee, warte mal kurz, ich kann besser so nach hier. Hier, da müsste der Frosch sein. Wenn die Wolke, könnte die da hin, wie gesagt, muss man nicht. Ist halt so. Ich kann es nicht, weil ich so schlecht bin. Ja, guck, äh, äh, da gehe ich jetzt nicht hin. Doch, gehe ich doch hin. Ich habe keine Ahnung, soll ich jetzt da hingehen oder nicht? Ich denke, ich gehe zum Froschen. Da fliegt er. Nein, der Frosch hatte nichts. Hä, wo ist der Frosch hin? Wo ist der Frosch? Nee, ich sehe ja den Frosch, aber wo sind die Sachen hin? Ich habe gar keine Waffen. Ähm, Mann. Wenn da jetzt keine Droh... Ah, zum Glück hat er eine Tonne Ordnung. Ähm, ähm, ähm... Aber schlechter kann das jetzt irgendwie gar nicht werden. Ich müsste mal eine gute Waffe finden. Ja, Leute. Ganz... Ähm, einfach... Hä? Hä? Wo sind jetzt überall die Drohnen? Hä? Guck, eigentlich war ja jeder vor... Wenn ich nicht blöd bin, die waren ja Waffen. Wo sind die Drohnen hin? Ich backe auch bei mir komplett. Ich kann nicht mehr rennen. Ich drücke die... Halt, ich drücke auf Laufen drauf. Eigentlich kann... Müsste ich dann rennen, aber ich renne komischerweise nicht. Ich kann nur Dauer laufen. Ist das ein Back, dieser Season, oder ist das... Einfach nur bei mir so ein Back. Ich hab keine Ahnung. Wenn ihr es löst, dann... Müsste ich dann. Uhuhu! Flugstunde! Nice! Luftballons, Luftballons! Ich geh zu meinen Luftballons, Luftballons, Luftballons. Ich geh zu meinen Luftballons. Ich hole mir am Jahrmarkt her. Ja, 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 ja. Ich hab keine Ahnung, was ich sehen. Das ist auf jeden Fall gescheuerte Sache. Ähm, 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 ähm. Als ob hier nur eine Sniper drin war. Ähm. Unnötig. Also... Einfach nur unnötig. Dieses Mal war ich ein gefühlten Verarscher. Hallo, ich wollte mutschen. Ich lute diese Truhe, die ist schon wieder weg. Und hier ist ne Truhe in dem Boden, wie die Rallala. Und auch wieder nur Scheißsachen, die ich nicht brauch, lalala. Und die Kugeln ist ein bisschen vorne. Vor der Kamera. Da ist ja jemand, da ist ja jemand. Eigentlich kann ich ihn normalerweise immer sehen, wenn ich aufpassen würde. Hey, dumm. Hey, nicht die, aber ich. Ich warte jetzt mal, wer gewinnt. Das will ich mal sehen. Oh. 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 Oh, mein Leben, ich kann nicht bauen. Nee, nee. Muss los, Bruder. Oh. Oh. Oh, der ist besser als ich. Der ist besser als ich. Ich werde so krass verkacken. Ich werde so krass verkacken. Das war gefühlt sein Freund. Oh. 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 Ich hab keine Ahnung, ich sag es dir, ich bin in der Zone, so weit, sonst leben wir, ich weiß nicht, was ich mache und auch im Hintermisch. Oh mein Gott, nein, ich will nicht schon wieder sterben. Oh, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, mein Engel, gefühlt angeekelt. So Leute, das war's auch mit dem Video, ciao.